Sasse auf der Seite, aber die Mates sind auch schon da. Und Fawin, Sasse kriegen beide hier erstmal einen Kill. Konrick alleine gegen zwei. Und er kriegt den Klatsch. Chandrasell verschießt. Und Konrick kriegt den Eins-gegen-drei-Klatsch. Was für eine Bunde. Das schauen wir uns nochmal an. Konrick erstmal mit dem direkten Reeprek. Dann auf die Kiste hochgegangen. Schöner Move. Damit hat er sowohl Sasse holen können, als auch Chandrasell komplett verwirrt. Der nicht damit gerechnet hat, dass der Tee da einfach mal im Himmel steht. Und so kann er, so kann Konrick, Recast eine Bunde holen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017